Und da sind wir auch wieder. Leider gab es jetzt drei Scheißaufnahmen, aber scheiß drauf. Sowohl technische Probleme bei mir als auch bei ihm, aber dafür, dass diese Aufnahme jetzt funktioniert, kostet es 3,99 Euro. Nämlich super Angebot. Wir haben auch noch eine weitere Aufnahme im Angebot, die wird allerdings ein bisschen teurer ausfallen. Nein, Scherz, beiseite. Also, ihr wundert euch, wo wir hier sind. Vielleicht einige nicht, vielleicht einige schon, aber ich gehe mal kurz. Was glitzert dort am Horizont? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Zaun, man. Es ist Lukas. Nein, es ist Zaun, man. Und zwar muss ich jetzt gerade nochmal zurückspulen bis heute Morgen und dann mich an das erinnern, was ich dort gesagt habe. Nein, Scherz. Also, ich fang mal im Haus an. Und zwar haben wir nach der Farm ein bisschen diskutiert über das Thema, ja, mit Silk Touch Spawner abbauen und so. Und wir kamen dann zu dem Schluss, ja, kann man ja mal machen. Und haben uns hier eine Spinnenfarm hingebaut, die auch gut funktioniert. Fast. Fast, wenn die Spinnen dann mal einfach verrecken würden. Also, die Großteil verreckt auch, aber ein paar Stück, naja. Das heißt, die Großteil verreckt da unten verrecken, naja, gut. Sie verrecken nochmal. Dort ist das Spawner, ne? Hier, nochmal das noch ein bisschen umgebaut. Also, dann gieße ich nämlich an der Wand fest, wenn sie dich gefokust haben. Richtig. Oh, schickes Bild in dem Textgepeck hier. Ja, genau, ich habe auch mein Textgepeck geändert. Yay, mal wieder. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. So, dann gehe ich mal hier runter. Du hast mich daneben geschossen. Ich habe mich nicht auf das Fenster umgezielt. Lassau. Und dann haben wir noch unsere Zongen. Ja, tut mir leid. Das ist schon eine relativ große... Ja, ich mache das jetzt in der Reihenfolge, wie wir es gebaut haben, Jung. Wo steht bei der Tür? Oh, nee, du. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. So, also, wir haben hier eine Pilz-Spreading-Farm gebaut. Und hier Melonen-Kürbisse. Und hier noch mehr. Doppel-A. Oh, tschuldigung. Haben alles breit. Haben noch hier so ein paar Eisentüren reingebaut gegen Zombies und alles. Dann geh ich jetzt mal aus der Reihenfolge, einfach weil ich nicht die Lust hab, nochmal durch den Wald hier hinzulaufen. Da hab ich eh das meiste hier geändert. Haben wir hier noch eine kleine Monster-EP-Farm. Monster, bitte kommen. Ich warte. Und ich warte. Und ich warte und ich hab Hunger. Dann geh ich erstmal was. Es ist... So, jetzt ähm... Vorfühl-Effekt. Alter! Na, schnarche, das Rottenflash wieder da rein. Jut, ähm... Ah, ich hör'n Zombie, ich hör'n Zombie, ich hör'n Zombie. Ja, da kommt mein Zombie, da kommt mein Zombie. So, drücken wir den Kopf. Burn. Burn, motherfucker. Burn, motherfucker, burn, motherfucker. Und der brennt und der brennt und der brennt und der brennt. Und du da brennst auch. Wie gesagt, also sie brennen. Und dann kriegt man EP, wenn man sie schlägt. Yeah. Super duper toll. Und dann... Kommt jetzt eigentlich die größte Erinnerung hier in der Welt. Auf die ich am stolzesten bin. Und zwar der neue Wald des Fluches und der Vernichtung. Mhm. Und zwar hier geht's nochmal der Wald zum Zuckerröhr. Muss ich ein bisschen um in deinem Texture Pack, sieht scheiße aus. So, und dann geht hier jetzt der Weg hoch in den Wald, den wir jetzt ein bisschen... Hier den Hügel haben wir ein bisschen abgeflachten. Hier geht's halt weiter und da sieht man schon Zäune. Und oh mein Gott, hier geht's durch einen Tunnel im Berg, der eigentlich richtig geil aussieht, muss ich sagen. So, dann geht es... Ah! Das ist doch gar nichts. So, dann haben wir hier eine kleine Baumfarm. Kleine, was denn das Wort ist nicht. So, also. Hier so ein paar Sätzlinge und alles. Ich tue das Bäume immer hier rein. Hier ein bisschen Holz und hier haben wir noch ein paar Äxte. Gut, ne, das ist die Baumfarm, die ist ganz super duper und dann habe ich gerade eben noch in der Aufnahme ein bisschen ein bisschen hier weitergebaut. Aber... Das soll nicht letzte Aufnahme gewesen sein, das soll jetzt weitergehen. Und Erik, was machst du die eigentlich so? Wo war ich gerade? Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug, Eständnis sind? Nein, ist es Zau'n, man! Nee, 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 nee. Zau'n, man! Zau'n, man! Hallo, du siehst meinen dramatischen Auftritt nicht. Ja, und da musst du hinkommen. Jetzt hab ich das, ich wollte, wie man die Show abgezogen hat. Ja, na wo läufst du, du lang, hier ist doch ein Eingang gewesen. Musst du schon zu mir kommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Na, zu mir. Na, wo bist denn du? Warte, komm mal, gerade hier so in deine Richtung. Hey, wo bist du? Hier. Ah. Ich bin unterwegs. Na, 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 town man, town man. Hier kommst du. Town man. Du weißt, dass die alle die kämen, bis ich da hinkomme. Town man. Ich komm hier nicht weiter. Ach, übrigens, im Pferde, da kann man nicht shift klicken. Town man, town man. Wir kommen hier nicht an die Zäune ran. Warte, ich komm näher. Ach, ich hab mich aufgesäuelt. Ich komm näher, ich, nein, ich komm doch nicht näher. Jetzt. Hui. Kannst du noch Erde holen, Guy, du bist doch so schnell unterwegs. Nee. Doch, machst du. Machst du jetzt. Oh mein Gott, das ist nah. Und? Ey. Ey, bleib stehen. What the fuck, ich verreck nicht. Oh mein Gott, ich bin ins Wasser kommt. Aua. Heilige Scheiße. Bau da ne Brücke hin, Junge. Also, mit dem Pferd kam ich rüber. Ja, mit dem Pferd. Ich eigentlich auch, wenn ich nicht bin. Ach, scheiße, da war ja was. Ähm, ja, ich steck da mal ab. Ne, mein Pferd ist weg. Wo ist die Leine? Gegen das Pferd auch wieder. Ich kann nicht. Die Leine hab ich. Oh, das ist blöd dann. Äh, hast du jetzt gelitten. Hey. Ich hab sie irgendwo im Wald abgestellt. Ey, weg dich. Armer, 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 armer. Ja, die Brücke wollte ich benutzen, das ist Brückenscheu. Du mein Esel. Oh, ne, komm. Was ist das abgeleitet? Was? Brückenscheu. Von gar nix. Gibt nix. Klang ähnlich. Oh mein Gott, da ist ein Creeper. Da ist was. Ja, ich weiß. Erde. Der auf dem Pferd boben schießen ist. Hat zwar Style, aber das ist verdammt kacke. Erde. Ich wollte noch einen Fall mitnehmen. Und dann, die, na, ja. Pfeil. Und dann wollte ich noch einen roten Flaschenmüll einmal packen. Und dann. Das hier nochmal. String. So, fangen wir mal das Dreh hier rein. Und dann gucke ich mal, dass ich nicht so viel gerne. Hm, würde ich auch empfehlen. Ich spiele ein bisschen spazieren mit meinem Mund. Na los. Was denn? Na los, Kuhn. Hey, jetzt ist der Zombie-Wirlpool-Party. Viel Spaß, ich geh spazieren. Oh, hab was vergessen. Zombie-Wirlpool-Party. Nein, jetzt die EP abgallen. So siehst du aus. Benner. Jede, Lika, Benner. Trau du und ich wurs, wie der Joss dieser Tür rauskommt. Ja, mach ich. Hey, legt nur die P-Hirtherbisse. Zombie-Wirlpool-Party. Wieso hat Lottie noch kein Schild, als einzigste? Ja, Lottie ist neu. Wieso ist Lottie neu? Thunderbolt. Viel Luca, ich nehm viel Luca. Ist ja eh mein zweites Pferd. Ich nehm mein unsichtbarstes Pferd. Los, viel Luca. Oh mein Gott, guck mal, ist ein Spider-Shockey. Oh, scheiße. Alter. Scheiße, hab mir abgeschossen. Nein, ja, auf mein Pferd abzuschießen. Guck mal, Spider-Shockey. Ich renne grad auf den Ball, auf den Berg hier rum. Guck mal, hier unten auf der Lichtung ist ein Spider-Shockey. Welche Lichtung bist denn du? Ich bin grad irgendwo hoch auf den Bäumen. Wo das Holzhaus ist? Ach da, hi. Guck mal, da oben. Hier unten ist er. Warte, ich komm von der anderen Seite. Ich versuch ihn mitzubringen. Ja, du hast mich getroffen. Oh, da bist du. Hallo. Das ist mein Pferd. Aua. Ich versuch mich abzuknallen. Oh, guck mal, wie putzig. Mein Gott. Kombi des Bösen. Ja, ich hab's aufs Schiff gepackt. Hey, Luca, da bleiben. Ey, Lucas, Lucas, Lucas. Hm? Yay, Rakete. Stimmt, wir haben so viel Gampotter. Wir können eigentlich... Und wir haben Papier und wir können ja Blumen ganz einfach anpflanzen. Lass uns ja irgendwo mal eine Feierwerksparty bauen. So viel Silvester oder so. Ey, guck mal, die stehen alle an. Gut, dann darfst du es abschnitzen. Blüpp, blüpp. Der Nächste, bitte. Blüpp. Warte, ich lass ihn mal rein. Dann hätte ich das eh wissen. Hi, ja, warte, falte ich doch weg. Ja, ich komme. Warte, hier, ihr wollt doch bestimmt rein. Hey. Hey. Hallo. Ach, scheiß drauf. Wo bist du denn? Du bist zu tief gewesen. Ich bin immer mal bis unten. Ja, du bist jetzt deinem Niveau gefolgt, was? So. Nein, das ist mein Niveau. Dein Niveau war schon da unten ganz richtig. Nein. Ah. Scheiß drauf. So, jetzt kann ich mich da irgendwo hochbauen. Oder drauf retten. Jetzt soll ich vielleicht mal was essen. Könnt ihr euch jetzt so schön da oben runterschießen? Oh, ich hab aber gerade mal Spaß. Glaub ich dir. Nee, ich weiß nicht. Ich wollte auch einmal. Ah, pick dich. Alter. Scheiße, hier ist... Alter, Splette. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will dich verrecken. Ich will dich verrecken. Ich bin doch zu jung zum Sterben, nein. Kann ich auch. Geh doch sterben. Hey, da oben ist was gespawnt. Moiner. Oh, zu tief. Haha, getroffen. Zu tief. Yay, drüber. Effektiv immer noch drüber. Drunter. Ja, dort. Oh, lol, das Splette ist ja mal geil. Meine EP. Ja, da hast du geguckt. Hey, da hat dir die Idee. Dir hat es schon auch nichts gebracht. Idiot. Hey, da ist noch ein Splette. Hey, hier liegen EP rum. Hey. Hier ist noch ein ganz komisches Splette gespawnt hier oben. Wo, da oben? Ach, da? Hey, da oben. Stimmt, hast recht. Wir sind ein ganz komisches Splette gespawnt. Oh, lol. Oh, mein Gott. Wenn du mich jetzt triffst. Oh, ist vorbei. Oh, das zählt nicht. Spring weiter. Ja, Treffer. Ich stehe übrigens immer noch hier oben. Und hatte einen komischen Und hatte einen komischen Stimmenbruch. Ah, 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 ah. Na toll, ich muss ja nochmal irgendwie hochkommen, weißt du? Nur wegen dir, da oben sind Feinde. Hey, ganz froh, ich hab voll so Körper gemacht. Hab sich beschützt, aber die Folge ist rum. Was? Das geht doch nicht. Okay, dann machen wir gleich weiter. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.